It's your boy Hello Team Sigmund? Gehen wir halt mal B und gucken was passiert Ich hab Sigmund bei mir, ich hab Stalker bei mir Real und The Burger Super Kerl, hört gern Evanescence An sich kann es ja mit diesen Mates ausschließlich ein dicker Win werden Lasst uns warten Kinderlein, lasst uns warten frohlocket Sigmund Sigmund, ihr wackelt jetzt nicht rum, ihr schießt jetzt nicht Wir chillen kurz, wir chillen, alter Sigmund Okay, let's go Siegmund, bitte mach das, komm Deine ist schon down Du gehst ran Sigmund, sehr schön, sehr schön Evanescence, sehr sehr toll, ja, hervorragend Am Schluss bleibt es wieder mir eng, das Team zu managen Komm schon Jungs Wir haben einen Griff, ich glaube das ist gut geworden Ah, da war noch AFK, okay Bitte Erste Runde war schon mal ganz zufriedenstellend, würde ich sagen Der gestrige Upload nicht Nein, das gab keinen Meine Freundin hat mich gestern zum Essen eingeladen Und ihre Eltern auch So, ein bisschen aus die Maus Wir waren ewig lange gesessen Und ich hab einfach nichts mehr hinbekommen Ich hab's von der Zeit her einfach nicht mehr geschafft, irgendwas zu machen Eigentlich hätte Gustl nochmal übernehmen sollen Aber er war selbst irgendwie, keine Ahnung, am Kacken den ganzen Tag Ich gucke jetzt auch direkt, dass ich vorproduziere Weil ich nächste Woche ja nicht da sein werde Gustl wird das dann alles managen, hoffe ich Er hat sich extrem gefreut, dass ihr euch so sehr gefreut habt, dass er wieder da ist Ja, in den ganzen neuen Gustl Ist mein abgetriebener Halbbruder Und er übernimmt diverse Male Und er hat schon diverse Male den Kanal kurzzeitig für mich übernommen Wenn ich halt im Urlaub bin, weg bin, wie auch immer Er hat auch eine eigene Playlist Und ist wie gesagt schon eine ganze Weile am Rumschaffen Wobei er jetzt ein ganzes Jahr lang Sogar über ein Jahr lang, glaube ich, Pause gemacht hat Er hat seine Hasenscharte auskurieren müssen Wobei es nicht besser geworden ist Hat man, glaube ich, gesehen Alter, wie sie mich flashen, die Jungs Jungs, wo seid ihr denn? Sie sind zu dritt, Banane, what? Komm schon, komm schon, bitte Facemaker, ich brauch dich Haben sie ja geholt Bis jetzt geht es echt ganz gut ab Also ich bin zufrieden Der Lem wird schön gefestigt Und es baut sich vielleicht sogar Eher nicht Ich glaube, das letzte Highgame haben wir verloren, oder? Obwohl GeForce meinte Einer aus dem Highgame wäre gebannt worden Also ein Gegner Dann ist dieser Loose weg, oder? Den man dann gespielt hatte Der verschwindet dann aus der Liste Oder nicht? Oh mein Gott, hallo Pete ist klar Ich gehe direkt wieder nuff Ich denke eh, dass die jetzt gleich von hier kommen Obwohl, ne, bei City ist immer einer gestorben Aha, aha, okay, komm Ich gebe noch einen Nate von mir Oh Wow Ich will die Granate einfach sofort schmeißen können Nicht erst Ich muss mir unbedingt Beins für alle Granaten machen Das fuckt so ab Wenn man dann dadurch einfach eine Sekunde verliert Die einen hätte retten können Uh, schade Passt auf auf Wir granateen jetzt alle da hoch Und dann will ich aber 1000 Kills hin Minimum Ah Der hat noch nicht mal den Nate gefressen, der Sack Okay, gut Okay, jetzt haben sie uns Ja, Männer, was machen wir denn jetzt, ne? Banane schon wieder, okay Okay Banane ist gar nicht so toll, wie es aussieht, ne? Ich gehe zu auf der Arme, Männer Sigmund, komm mal mit Nette Hühner killen, Alter Sigmund Du kannst einen Drachen fisten, aber nicht einen Huhn Wahnsinn, Digga Library Aber jetzt sollte ich vielleicht auch mal Wieder jemanden zerlegen Hallo, Jungs Oh, sorry, sorry, Green Alter, wo kommt der Green jetzt her? Ich habe durchgerannt, oder was? Ich habe keine Ahnung, wo Was? Ich bin noch mehr oder weniger durchgelaufen, oder? Wie war der jetzt vor mir da? Ich bin einfach bei City durchgerannt Und keiner hat den aufgehalten, okay? Okay, gut, gut Ich habe doch nichts zu Shot, ja? Ich renne jetzt einfach durch, Alter, ist mir egal Two down on A Nice Kommt der jetzt hier, oder was? Die Jungs sagen die ganze Zeit Apps an, aber irgendwie ist, äh, ist da keiner Die safen jetzt beide? Näh Der eine geht auch ständig raus und kommt dann wieder rein Also einer von den Gegnern Und er hat einfach einen Anfall, shit Spielpause, unser Mate hat Anfall Ich gebe euch direkt wieder die Bombe, Jungs, gell? Boah, shit, Alter Ich bin fucking hammered Aua Another one on B 11-3, es läuft, oder? Und der eine ist gegangen Es ist halt auch echt kacke, wenn du bei dir im Team möglicherweise jemanden hast, der halt am abfacken ist Also irgend so ein, äh, irgend so ein Toxic-Kit oder sowas Aber, äh, äh, ja, halt zu gehen und dann auch noch Er hat jetzt in zwei Stunden Bann bekommen Das ist schon ein Weilchen, ne? Also, das heißt, er war jetzt auch schon im Vorfeld, ähm, inkonsistent Was sein Dasein in den Spielen Fuck, die sind beide flasht Is he one in front of banana? Der hat 100% pump, dieser Ekel Mit dir könnte auch gleich einer kommen, Jungs, habt ihr das? Koffe ist Down Wahrscheinlich wieder eine AFK, oder? So wie ich die kenne Hallo? Ich denke, in diesem Spiel könnte man auch die 50-Punkte-Marke erreichen Das sollte eigentlich, äh, hoffentlich kein großes Problem sein Außer, wir gewinnen jetzt halt viel zu schnell Also, wenn wir jetzt durchballern, dann ist es natürlich, äh, ein easy Sieg Äh, aber keine 50 Punkte Und übrigens, so by the way Au, 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 at least one's coming Ja, und so by the way, muss ich mal eben das Team loben Die sind sehr, sehr geil Uh, Kommunikation ist krass Die sind ultra nett, die lachen rum Pipapo hin und her Natürlich sind wir am Gewinn Da ist es einfach, gute Laune zu haben, ich weiß Ja, also die sind echt geil drauf, die Jungs Bei den letzten paar Matchmaking haben einige gefragt, warum ich Also, oh, du hast so viel Luck mit den Mates, wie, und warum und hin und her Ähm, ich, ich, ich schiebe das meistens auf den, auf den Trust-Faktor Wobei natürlich der Trust-Faktor nicht vor schlechtem Benehmen schützt Das ist auf keinen Fall Der Trust-Faktor hat nichts damit zu tun, wie nett die Leute sind Die sind echt edel drauf, die Boys Ja, also du kannst auch einen extrem guten Trust haben Aber ein Pisser sein Gut, 50 Punkte haben nicht so ganz geklappt, aber naja Neues Team Ja, das war echt edel, hat wirklich Spaß gemacht Also sowas, wenn man solche Leute immer hätte In jedem Spiel Und wir gehen davon aus, sie sind auch so drauf, wenn man verliert Dann ist der Supreme oder auch der Global, denke ich, wirklich kein großes Problem Weil das Team mit dir zusammen wächst, falls sie noch nicht so weit sind Äh, edel, hat richtig Bock gemacht Schön, so kann es wirklich immer sein Ich hoffe, euch hat das Zusehen genauso viel Spaß bereitet Wir sehen uns dann morgen live im Livestream um 18 Uhr Und im nächsten Video Vielen Dank für eure Kommentare Vielen Dank für eure Likes Macht's gut, bis zum nächsten Mal Ciao, ciao